So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video und ich habe ein erschreckendes, aber zugleich auch amüsant formuliertes Thema da für euch dabei. Tempobremse. Wird dem einen oder anderen vielleicht schon was sagen, aber einigen bestimmt auch noch nicht. Und ich habe da einen alten Artikel aus 2019 so rausgesucht, der ist hier bei Autobild erschienen. Zitat, EU bremst ab 2022 Neuwagen aus. Und wir haben auch in dem einen oder anderen Video schon mal über das Thema gesprochen. Hier geht es nämlich speziell um das Intelligent Speed Assistance System. Jetzt überlegt euch das mal, wie pervers das ist. Der Wagen soll dann eine automatisierte Bremse drin haben, das kein Kennzeichen, sondern Verkehrsschild. Da steht eine Geschwindigkeit drauf und zack, wenn du zu schnell fährst, bremst das Fahrzeug für dich. Das musst du dir mal reinziehen, in welche Richtung es hier geht. Neuwagen sollen laut EU ab 2022 automatische Tempobremse an Bord haben, nicht das einzige Kontrollsystem für mehr Verkehrssicherheit aus Brüssel. Also Leute, man kann es sich nicht mehr ausdenken. Weiterhin heißt es nämlich hier in dem Artikel 30, Hightech-Fahrhilfen werden Pflicht. So zum Beispiel, die finde ich gut, das muss ich ja auch an solchen Stellen immer wieder erwähnen. Übermäßiger Alkoholkonsum soll man das Auto nicht mehr starten können. Wie das ganz genau umgesetzt wird, da bin ich mal gespannt drauf. Weil sowas ist ja auch immer wieder fehleranhängig. Genauso wie auch bei Tesla sieht man es ja immer wieder, dass dieser Driving Assistant auch nicht perfekt funktioniert. Unfälle damit passieren können. Und dementsprechend ist es halt schon eine verzwickte Sache, dass man jetzt sagt, ja natürlich, dann machen wir das doch so, dass das hier auch funktioniert. Ja und das Thema ist jetzt mal wieder groß in der Presse bezüglich Tempolimit durch die Hintertür. Wird das hier bei der Wirtschaftswoche betitelt. Und ich habe auch darüber berichtet, ich glaube der Hersteller Volvo war es, die gesagt haben, ja unsere E-Autos, das ist ja ganz einfach. Wir drosseln die einfach komplett ab, ab 180 kmh. Obwohl man kauft ein Auto, das für ein paar Kilometer zumindest schneller, höhere Geschwindigkeiten fahren könnte. Vielleicht möchte man das ja auch auf der Rennstrecke bewegen, wo es ja gar kein Problem ist. Vielleicht möchte man es auch einfach auf der Autobahn in Deutschland verwenden, wo die Geschwindigkeitsberennzung nicht besteht. Aber nein, das wird dir von diesem Hersteller dann untersagt. Und das finde ich ist eine ganz, ganz krasse Sache. Und da sollte doch eigentlich der geneigte Bürger hingehen und zu sagen, jo, dann kaufe ich da halt einfach nichts. So heißt es hier bei der Wirtschaftswoche, immer mehr Hersteller drosseln die Höchstgeschwindigkeit ihrer Autos bei Elektrohausen, sind sogar alle Modelle abgeregelt. Eine faktische Geschwindigkeitsbeschränkung ist näher als viele glauben. Schreibt eure Meinung dazu unten rein. Es geht einfach Vollgas Richtung Regenbogen. Die Grünen sind dabei. Ciao.